Was machst du denn schon wieder hier drin? Guck doch mal, wie es hier aussieht. Morgen hast du die Mathearbeit. Lern doch mal. Räum dein Zimmer auf. Weißt du, wie es hier aussieht? Geh raus, treff dich mit Freunden. Aber mach nicht so eine Scheiße, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Hey, alles Gute zum Geburtstag. Also hier ist dein Geschenk. Ich muss jetzt leider schon zur Arbeit. Aber du kannst ja trotzdem einen schönen Tag haben, okay? Ciao, bis später. Bis zum nächsten Mal. Oh wow. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.